ja moin ihr lieben das ist das besondere stück was ich heute nachher erkläre und wenn ihr wissen wollt was das so besonders ist was mich mit diesem dutch oven verbindet dann bleibt dran moin ihr lieben heute erzähle ich mal einige sachen zum dutch oven da ist ja sehr viel gerücht und mythos im umlauf und ich erkläre es einfach mal wie es war es begab sich also zu der zeit dass ich nach amerika gefahren bin das war anfang der 90er jahre und da habe ich dann bei gander mountain in wyoming diesen dutch oven gekauft den ersten den ich mit nach deutschland gebracht habe ein paar monate später habe ich dann auf einer messe den bob kellerman getroffen das ist der chef gewesen von der firma lodge und der hatte den ganzen tag nicht ein gespräch auf der messe die ganze messe nicht und das waren die letzten zwei stunden der messe und da haben wir uns unterhalten und ein paar monate später kam die erste palette mit 10er dutch oven und dann habe ich dann darüber geschrieben und die leute wollten wissen wie geht das dann hat es meine kurse gegeben dann hat es meine meine bücher gegeben und immer mehr dutch oven und inzwischen gibt es verschiedene marken verschiedene hersteller und in jedem baumarkt steht einer jetzt mal einige sachen dazu wie sind die eigentlich entwickelt worden ich muss da immer ein bisschen ausholen und zwar ist es in amerika so und da gibt es das homesteading act das ist ein gesetz gewesen bis etwa 1970er jahre wenn man ein stück land haben wollte was niemandem gehörte dann konnte man das beanspruchen hat das abgesteckt und das waren immer 160 acres das sind etwa 80 hektar und dieses land musste man dann verbessern und dann kam eine kommission und hat das dann in augenschein genommen und wenn das verbessert war meist wurde eine kleine hütte drauf gebaut dann wurde das als eigentum eingetragen so der nachbar hat sowas natürlich auch gemacht aber schön darauf geachtet dass dazwischen so viel platz ist dass es für 160 acre nicht mehr reicht dass man also sehr weit auseinander wohnt und das hängt damit zusammen dass ganz amerika eigentlich keine dorfstruktur kennt sondern jeder für sich ganz alleine ja wie papa und mama wollten mit ihren zwölf kindern ganz alleine da sitzen und mutter musste jeden tag brötchen backen und das haben die in diesen flachen dutch oven gemacht in diesen verschiedenen größen bis hier zum ganz großen lodge mit 16 zoll durchmesser wo schon richtig was reinpasst und daher kommt es dass diese dutch oven in amerika überall bekannt sind in der flachen ausführung weil da eigentlich nur drin gebacken wurde so jetzt gibt es noch verschiedene andere geschichten zu den dutch oven die cowboys haben das vieh von texas runter nach chicago gebracht dort wurde es geschlachtet und das ging erst als einer auf die idee gekommen ist eine arbeitsteilung einzuführen das heißt einer kocht und der rest der cowboys kümmern sich um die herde das haben die auch gemacht der koch heißt cookie oder kusi und der hat den chuckwagen gehabt das war ein großer wagen alter militärwagen und hinten der koch kiste drauf unten drunter eine plane und in diese plane hat der hudilum das ist der die rechte hand von dem koch der nebenher gegangen ist hat er die getrockneten büffelfladen reingeschmissen beim vorwärts marschieren und damit wurde gekocht so es ist also so dass eigentlich mit so einem dutch oven früher mit büffelfladen gekocht wurde und heutzutage kommen viele andere sagen ja ich habe da eine app und in der app steht drin wie viel kohlen drauf müssen ok mit ein bisschen gesunden menschenverstand und ein bisschen gespür und gefühl geht das auch ganz anders so was braucht man zum kochen am dutch oven und welche größe überhaupt ihr seht wir haben hier verschiedene größen von unserem ganz kleinen hier dem ft 0,5 von der firma petromax dann über hier 10 und 12 zoll jetzt haben wir aber hier noch den ft 6 von petromax und dann ein ft 9 von petromax jetzt kommt man natürlich ins schleudern was bedeuten die zahlen ganz einfach die lodge ware kommt aus amerika und die zahl darauf ist der durchmesser in etwa in zoll 10 zoll 12 16 zoll gut petromax macht das anders der inhalt des topfes in etwa hier ft 6 ft 9 immer der inhalt des topfes in etwa in quart was auch in etwa ein liter ist also sechs liter neun liter und ihr seht wenn wir jetzt hier ein lodge 12 zoll haben und ft 6 passt der deckel und zwar erschreckend genau und zwar das hängt also damit zusammen dass diese größen sich einigermaßen bewährt haben und wir haben also diesen ft 6 und ft 9 das sind die größen die hier sehr gut gehen in amerika eben der zwölfer tief und zwölfer flach wenn mich einer fragt ja welchen topf soll ich nehmen also wenn ich sage dass ich 100 töpfe verkaufe dann verkaufe ich davon 90 in der größe ft 9 und zwar hängt das damit zusammen man rechnet immer pro liter topf inhalt für eine person das heißt der ft 9 mit 9 litern inhalt die gestrichen voll gemessen werden hat einen inhalt eben von neuen litern und ist dann eben für neun personen das heißt man macht ihr nicht ganz voll und dann kriegt eine person an suppe ich sag mal 0,7 liter das ist eine ordentliche portion so und die durchschnittliche deutsche familie vater mutter und zwei kinder die kommen dann eben gut mit aus das sind in acht neun portionen das heißt einmal satt essen und am nächsten tag aufwärmen wenn ihr mehr leute seid als ihr aus dem topf satt kriegt dann macht eine schöne beilage drin irgendwie scharfe boden und dann das fleisch normal grillen dann reicht das auch so was brauche ich noch an zubehör an zubehör habe ich einmal ein deckel heber der ist eigentlich unbedingt pflicht da verkeilt sich der im topf selber hier im deckel und man kann damit den die töpfe sehr gut öffnen damit die kohle die oben auf dem rand liegt nicht abfällt so dann gibt es hier so diese profi deckel heber die sind noch besser weil ihr den anpacken könnt und ihr könnt den auch über kopf stülpen um die kohle komplett abzuschütteln dann haben wir noch also das ist schon mal gut jetzt fangen wir mal noch mal mit der konstruktion an wir haben ja einen rand dass die kohle nicht runter fällt sie genauso das gleiche und wir haben unten drunter füße und diese füße sind dafür da dass der topf etwas erhöht steht und darunter kohle passt so und jetzt kommt die frage wie viel kohle und welche kohle jetzt machen wir das mal ganz einfach es gab früher dann so eine schöne tabelle ja wenn eine 10 auf dem deckel drauf steht wie hier dann nimmt man 10 kohlen oben drauf und 10 unten drunter und weil die von unten besser heizen nimmt man drei von unten und legt sie oben mit drauf so das hat man dann so ein bisschen ausgefeilt und ein bisschen gröber gemacht das war eine tabelle die ich gemacht habe die dann die anzahl der kohlen bezeichnet die oben und unten drauf liegen um etwa 175 grad zu machen oder ein bisschen mehr jetzt wurde das natürlich so unübersichtlich weil jetzt hier von petromax zum beispiel oder von anderen auch die größen kommen mit sechs und neun und die eigentlich über zwölf sind und sowas gleich gesagt das müssen wir anders machen und zwar wir nehmen hier die grillis von profagus aus zwei gründen erstens die grillis von profagus sind hier aus der nähe und sie sind sehr gleichmäßig in der qualität und das ist eben ein großer vorteil und die sind nicht wie diese long lasting briketten sondern die brauchen etwa anderthalb stunden dann sind die aufgebrannt das reicht auch völlig hin weil die meisten rezepte nach anderthalb stunden fertig sind überall wo long lasting drauf steht wird der topf nicht heiß genug ich habe das mal ausprobiert und zwar hatten wir hier zwei gleiche töpfe hier gibt es eine durchführung und dann einmal hier auch da kann man thermometer durchführen und dann einmal die eine grillkartoffel rein einmal mit grillis von profagus und einmal mit so long lasting grill briketten die grill briketten die haben also fünf stunden oder was da drauf gegrillt haben aber den topf nicht als nicht heißer als 130 140 grad gekriegt und bei den grillis von profagus ist bei 300 grad das thermometer ausgestiegen das heißt wenn ich etwas überbacken will dann nützen mir 150 grad überhaupt nicht sondern ich brauche 300 und oben drauf und dann kann ich dann auch mit weniger arbeiten indem ich einfach die kohle abzähler jetzt zeige ich euch mal wie man das abschätzt und zwar wir brauchen einfach einen rand hier außen rum mit kohlen gelegt macht etwa 175 grad und wenn man jeden zweiten raus nimmt und legt den weg dann hat man geringe hitze kann das schön mit arbeiten und wenn man jetzt nicht jeden zweiten da draußen sondern noch einen halben ring dazu dann hat man sehr starke hitze das gleiche macht man unten auch da der topf unten schmaler ist wird automatisch unten weniger hitze produziert weil weniger kohlen haben so das schöne ist das funktioniert bei jedem topf egal was da drauf steht egal was das für eine marke ist ja da legt man hier einmal rund um und wenn das alles schön austariert ist dann werden die noch ein bisschen auf dem deckel verteilt und dann passt das so wenn ihr mit dem grillen fertig seid und der topf ist noch etwas schmutzig dann wichtig ihr könnt den mit allem zeug ausschrubben was geht also mit hier so wie heißt diese linge diese stahl schwemme ihr könnt dieser chain mail heißt das das ist so ein kettengeflecht ihr könnt damit ein schrubber rein ihr könnt mit messer kratzen den töpfeln macht das nichts aus gusseisen ist härter als messerklingen und insofern ist es kein problem trotzdem ist es so wenn ihr dann ordentliche pattinger haben wollt und die auch schön richtig glatt werden sollen dann müsst ihr die immer schön sauber machen und dann sobald sie noch etwas warm sind also mit heißem wasser richtig voll füllen mit heißem wasser ohne spüle schrubben und durch das heiße wasser nehmen die töpfe die temperatur an und dann sind diese pflegepasten hier vom petromax zum beispiel ideal mit dem tuch einmal durchwischen und dann sind die sind die picobello wichtig ist wenn man es länger weg stellt dann würde ich immer hier einfach unten ein tuch rein machen und ein tuch hier auf den rand legen dass der ein bisschen hoch steht hat zwei vorteile erstens er klebt nicht fest durch das verharzende fett und zweitens du siehst dass du ihn sauber gemacht hast damit ist das dann eigentlich erledigt ja das ist eigentlich das einfachste dazu zu sagen die dinger sind wie gesagt nicht bombensicher man muss ein bisschen aufpassen wenn der deckel runterfällt kann er schon mal gerne springen oder am bein abbrechen aber ansonsten halten die 100 jahre und bei den marken kann ich wirklich sagen lodges ist super ist aber im moment schwer zu kriegen petromax ist ganz hervorragende qualität und diese ganzen no name produkte die dann von petromax quasi nur die hälfte kosten denkt bitte daran ihr kauft den ich für euch ihr kauft den für eure enkel ja der hält 100 jahre und der topf ist von der preis differenz her ich sage immer einmal die beladung mit fleisch wenn ihr mehr wissen wollt über die dach offen unten in der beschreibung findet ihr ein eine liste mit meinen büchern ihr könnt euch auch zu meinen kursen anmelden oder schaut bitte weitere videos das war's vielen dank bis zum nächsten Mal